Leute, ich hatte euch ja bereits angekündigt, dass wenn wir hier diese Widerstandslinie an dieser Stelle hinter uns lassen können, dass wir dann von einem größeren Move nach oben hin ausgehen können. Und nun ist es auch ebenfalls so gekommen, wir sind mit dem Preis wirklich sehr, sehr stark nach oben gegangen. In meinem gestrigen Video hatte ich ja über einen möglichen Ausbruch nach oben hin ganz genau und detailliert gesprochen. Und jetzt möchte ich euch in diesem Video noch weitere Informationen dazu geben, was denn jetzt passieren muss, damit wir mit dem Preis weiter nach oben gehen können und damit wir das Ganze nicht als ein Fake-Rot erneut bezeichnen müssen. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up-to-date bleibt. Vielen Dank, Leute. Und bevor ich mit dem Video starte, einmal die Auslosung zu meinem gestrigen Video. Hier oben können wir den Link zu meinem gestrigen Video sehen. Und wenn wir hier unten einmal auf Start klicken, können wir dann erkennen, wer die Satoshis im Wert von 50 Dollar gewonnen hat. Dima Dev, Glückwunsch an dich. Ich werde dir die Satoshis im Wert von 50 Dollar so bald wie möglich zukommen lassen. Und auch in diesem Video habt ihr erneut die Möglichkeit, Satoshis im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben. Und im nächsten Video werde ich dann erneut auslosen und dem glücklichen Gewinner die Satoshis im Wert von 50 Dollar zukommen lassen. Vielen Dank, Leute. Und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-Preis. An dieser Stelle können wir erkennen, dass wir uns jetzt aktuell bei einem Preis von in etwa 33.800 Dollar befinden. Und nun besteht weiterhin die Frage, werden wir denn weiter mit dem Preis nach oben gehen? Oder ist das Ganze wieder nur ein Fake-Out gewesen und wir müssen davon ausgehen, dass der Preis wieder fällt? Aber erst einmal möchte ich über mein gestriges Video zu sprechen kommen. Und zwar hatte ich hier über diese Widerstandslinie gekennzeichnet in grün gesprochen. Und ich sagte ja, dass wenn wir es einmal hier schaffen sollten, über diese Widerstandslinie an dieser Stelle drüber zu kommen, dass wir dann mit einer starken Preisbewegung nach oben hin rechnen können. Glückwunsch an jeden Einzelnen von euch, der mein Video geschaut hat und hier an dieser Stelle Profite mitnehmen konnte. Natürlich habe ich diesen Ausbruch ebenfalls getradet. Und diesen Trade möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin aktuell mit meinem Trade ungefähr 232% im Plus. Und ihr habt ebenfalls die Möglichkeiten, solche Trades zu setzen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist meine Videos täglich aufmerksam zu verfolgen. Und dazu habt ihr noch die Möglichkeit, bis zu 1200 Dollar komplett kostenlos hier auf Femax abzugreifen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Femax innerhalb von Sekunden. Habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1200 Dollar komplett kostenlos, womit ihr euren nächsten Trade komplett kostenlos und unverbindlich setzen könnt und die Profite wieder von der Börse abheben könnt. Dasselbe gilt auch für eure erste Einzahlung. Vielen Dank Leute und wir machen nun weiter mit unserem Bitcoin-Preis. Wie gesagt, aktuell sind wir hier über diese Widerstandslinie drüber gestiegen, aber damit nicht genug. Wenn wir hier einmal auf unseren Tagesschart schauen, hatte ich ja gesagt, dies hier ist möglicherweise unser wichtigstes Pattern jetzt aktuell in diesem Moment, welches signifikant über den weiteren Preisverlauf von Bitcoin entscheiden wird. Und ich hatte ja auch gesagt, dass wir höchstwahrscheinlich nach oben hin aussprechen werden, hier aus diesem Falling-Vatch, welches ein Preisziel von sage und schreibe 41.500 Dollar hat. Auf dem ersten Blick sieht aktuell alles sehr, sehr bullisch aus. Allerdings, wenn wir uns einmal die Details hier anschauen, können wir erkennen, dass der Ausbruch aus diesem Falling-Vatch wirklich mit einem ziemlich niedrigen Volumen passiert ist. Somit haben wir nach wie vor die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko, letztendlich dann wieder unter diese Widerstandslinie hier an dieser Stelle drunter zu fallen und müssten dann mit einem weiteren Dip nach unten hin rechnen. Aber solange wir uns oberhalb von dieser Widerstandslinie hier an dieser Stelle befinden, ist noch alles gut und wir können aktuell immer noch davon ausgehen, dass der Preis nach oben geht. Fraglich ist weiterhin auch, ob wir denn nun das Preisziel hier aus diesem Falling-Vatch erreichen können, welches wie gesagt bei in etwa 41.500 Dollar liegt. Dazu möchte ich mich jetzt aktuell erstmal nicht äußern, aber werde euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten über meine verschiedenen Social-Media-Channels. Die Links dazu findet ihr ebenfalls unten in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr dies sehr gerne tun. Aber nicht nur das, Leute. Und zwar haben wir in unserem 1-Stunden-Chat ein weiteres sehr, sehr bullisches Pattern gehabt, welches bereits nach oben hin ausgebrochen ist. Und zwar können wir hier an dieser Stelle ein inverses Head & Shoulders Pattern erkennen, welches wie gesagt hier über diese Neckline gekennzeichnet mit Gelb bereits drüber ausgebrochen ist. Ihr wisst ja bereits, dass ein solches Inverses Head & Shoulders Pattern ein ziemlich bullisches Pattern ist und auch deswegen war es davon auszugehen, dass wir möglicherweise nach oben hin aussprechen werden und mit dem Preis dann weiter nach oben schreiten. Und auch dazu möchte ich euch gerne einmal das Preisziel hier aus diesem Inversen Head & Shoulders Pattern zeigen. Das Preisziel aus diesem Inversen Head & Shoulders Pattern unter der Prämisse, dass wir das Preisziel auch erreichen, würde dann bei in etwa 36.100 Dollar liegen. Ein ziemlich bullisches Preisziel. Aber Leute, auf dem Weg dahin haben wir möglicherweise noch einige Hürden, die wir hinter uns lassen müssen. Und dazu möchte ich einmal in unser FIP Retracement Tool reinschauen. Auch hier sieht es auf den ersten Blick sehr, sehr bullisch aus. Wir können hier erkennen, dass wir uns aktuell oberhalb von dem FIP Level 0.5 bei in etwa 33.300 Dollar drüber befinden. Und obwohl es sehr, sehr bullisch aussieht, haben wir die größte Hürde jetzt aktuell noch vor uns. Und zwar unser FIP Level 0.618. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass wir mit dem FIP Level 0.618 in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr große Probleme hatten. Denn wir sind hier bereits in den letzten Wochen einige Male über dieses FIP Level 0.618 drüber gekommen. Allerdings wurden wir fast jedes Mal wieder kurz darauf von diesem FIP Level rejected und sind dann darunter gerutscht. Außerdem sind wir ein paar Mal bis zu diesem FIP Level gekommen und haben es gar nicht geschafft, über dieses FIP Level drüber zu kommen. Das heißt auch nicht kurzfristig und wurden sofort dann bei diesem FIP Level rejected und sind dann mit dem Preis nach unten gegangen. Hier in diesem Bereich können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Rejections erkennen, bevor wir dann mit dem Preis letztendlich nach unten gefallen sind. Und nun sind wir wieder dabei, dieses FIP Level erneut anzutesten. Es bleibt sehr, sehr spannend. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, dieses FIP Level signifikant hinter uns zu lassen, würde ich dann das nächste FIP Level 0.786 bei in etwa 35.900 als unsere nächste Hürde sehen. Und wenn wir auch diese Hürde hinter uns lassen können, können wir uns jetzt bereits darauf einstellen, dass wir mit dem Bitcoin Preis ein Feuerwerk erleben werden. Kurz gesagt, würde dies bedeuten, dass wir mit dem Bitcoin Preis wirklich sehr, sehr stark wieder nach oben gehen werden. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt und immer von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Und wie gesagt, aktuell habt ihr die Möglichkeit, bis zu 1.200 Dollar komplett kostenlos hier auf FIMAX abzuholen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich FIMAX innerhalb von 30 Sekunden, habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1.200 Dollar, womit ihr euren nächsten Trade komplett kostenlos setzen könnt. Und außerdem habt ihr auch, wie gesagt, in diesem Video die Möglichkeit, Satoshis im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben und im nächsten Video werde ich dann erneut auslosen und dem glücklichen Gewinner dieser Toshis im Wert von 50 Dollar zukommen lassen. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.